Liebe Studierenden, heute geht es um die Multiple Regressionsanalyse. Wir haben genau wie bei der einfachen Regressionsanalyse unabhängige Variablen, aber diesmal sind es nicht nur eine, sondern mehrere. Daher eben der Name Multiple Regression. Sie sehen es hier auf der linken Seite haben wir jetzt nicht nur eine unabhängige Variable, sondern mindestens zwei oder mehrere unabhängige Variablen, auch Registroren genannt in der Regressionsanalyse. Und auf der rechten Seite wie bisher eine abhängige Variable. Bevor Sie loslegen, sollten Sie auch hier wieder die Voraussetzungen testen. Ist der Stichprobenumfang groß genug beispielsweise? Wir haben jetzt hier mit K drei unabhängige Variablen. Das heißt, Sie sollten prüfen, ob der Stichprobenumfang 50 plus 8 mal 3, 8 mal 3 ist 24, also insgesamt 74, sollten mindestens in Ihrem Datensatz vorhanden sein. Das heißt, mindestens 74 Fälle, sodass in unserem Beispiel hatten wir 190 Fälle, der Stichprobenumfang groß genug ist. Dann sollten Sie prüfen, ob die Variablen genug Streuungsbesitzungen und die Standardabweichungen positiv sind. Und hier ist es auch der Fall, dass die abhängige Variable metrisches Skalenniveau besitzt. Ich habe auch wieder ein Beispiel mitgebracht. Und zwar geht es hier darum, dass wir die Verhaltensabsicht testen möchten als abhängige Variable auf der rechten Seite. Hier geht es um die Nutzung innovativer Zukunftstechnologien, sodass die Befragten gefragt wurden, ob sie eine bestimmte Technologie tatsächlich auch nutzen würden. Dann haben wir auf der linken Seite unsere drei unabhängigen Variablen, die wir aus der Literatur abgeleitet haben. Einmal ist es der relative Vorteil der Innovation, die Einfachheit der Nutzung der Innovation und das wahrgenommene Risiko der Nutzung dieser Innovation. Alle drei waren metrisch gemessen. Sie sollten darauf achten, dass die unabhängigen Variablen und auch die abhängigen Variablen aus der Literatur abgeleitet sind. Das gibt Ihnen auf jeden Fall mehr Sicherheit für Ihre wissenschaftlichen Analysen. Wenn Sie stark explorativ vorgehen, das heißt, wenn Sie gar nichts haben, sollten Sie trotzdem schauen, ob Sie über Experteninterviews oder andere Quellen auf jeden Fall einen Rückhalt haben, was die Konstruktion Ihres Modells anbelangt. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man das in SPSS testet. Und zwar gehe ich einmal in meinen SPSS-Datensatz, den ich auch schon zuvor verwendet habe und klicke hier unter Analysieren, Regression und wieder Linear und habe hier das gewohnte Fenster und suche mir nun erstmal meine abhängige Variable. Das ist die Verhaltensabsicht. Jetzt muss ich mal gucken, wo es ist. Hier ist die Verhaltensabsicht als abhängige Variable und ich habe mir vorher schon aus verschiedenen Items einen Faktor kreiert, das heißt eine neue Variable kreiert, die ich jetzt hier als unabhängige Variable reinklicken kann. Einmal der relative Vorteil, Einfachheit der Nutzung und das wahrgenehmende Risiko. Das kann man markieren, indem man die Umschalttaste drückt und dann insgesamt einmal hier reinklickt oder über Drag & Drop hier reinzieht. Die Methode würde ich jeweils hier erstmal die Einschlussmethode wählen oder auch blockweise Methode. Das bedeutet, dass alle Variablen, die ich jetzt ausgewählt habe, hier in dem Fenster der unabhängigen Variable auch tatsächlich in die Analyse mit eingehen. Ich klicke dann einmal auf OK. Ich habe oben nochmal die Zusammenfassung. Ich habe die Methode Einschluss gewählt und hier habe ich die unabhängigen Variablen, die in das Modell mit eingehen. Im nächsten Feld habe ich die Modellzusammenfassung. Wir sehen erstmal unser R, 0,544. Wichtiger für uns, das Bestimmtheitsmaß ist unser R² mit 0,296, was ein schon gutes R² hier einmal darstellt. Für die multiple Regression ist es wichtig zu wissen, dass das R², das Bestimmtheitsmaß immer größer wird, je mehr unabhängige Variablen ich aufnehme. Hier habe ich ja bereits drei unabhängige Variablen mit im Modell integriert, sodass ich hier bei mehreren unabhängigen Variablen immer auch das korrigierte R² hinzuziehen sollte, das nochmal etwas korrigiert wurde, dadurch durch den Faktor, dass wir eben mehr Variablen jetzt hier mit im Modell drin haben. Das heißt, hier sollten Sie sich ruhig an der 0,281 orientieren. Dann gehen wir nochmal weiter nach unten und sehen hier, dass unser F-Test, unsere ANOVA, auch signifikant ist. Hier war die Hypothese, dass mindestens bzw. die Nullhypothese erstmal, dass alle Beta-Faktoren gleich 0 sind. Hier haben wir ja jetzt auch mehrere unabhängige Variablen, das heißt auch mehrere unabhängige Beta-Faktoren, dass die gleich 0 ist. Diese Hypothese muss abgelehnt werden, da unser Signifikanzniveau kleiner als 0,05 ist, sodass wir die Alternativhypothese hier annehmen und wir ja mindestens einen Beta-Faktor haben, der größer bzw. von Null abweichend ist und zwar signifikant von Null abweichend ist. Das können wir auch weiter unten jetzt in unserer Zusammenfassung der Koeffizienten bestätigen und zwar haben wir hier einmal auf der linken Seite die nicht standarddivisierten Koeffizienten, zunächst oben links die Konstante mit 1,931, dann der Beta-Faktor des relativen Vorteils 0,743, Einfachheit der Nutzung minus 0,025 und das wahrgenommene Risiko minus 0,305. In der multiplen Regression sollten Sie allerdings immer die standardisierten Koeffizienten, das sind hier die standardisierten Regressionskoeffizienten, die standardisierten Betas, die sollten Sie überprüfen und auch miteinander vergleichen. Und zwar können die Ihnen nun sagen, wie stark die einzelnen unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable einwirkt und wir sehen hier, dass das standardisierte Beta von 0,472 der relative Vorteil der Faktor ist, der am stärksten auf die unabhängige Variable wirkt. Und wir sehen auch hier, dass dieser Beta-Faktor durchaus signifikant sich von Null unterscheidet. Hier lautete die Depothese für diesen Test nochmal, dass der Beta-Faktor gleich Null ist, muss aber verworfen werden, ist höchstsignifikant, da hier das Signifikanzniveau unter 0,001 liegt. Ein weiterer signifikanter Beta-Faktor ist das wahrgenommene Risiko und zwar von minus 0,202. Hier haben wir ein Signifikanzniveau von 0,006. Das ist kleiner als 0,01, damit hochsignifikanter Einfluss des wahrgenommenen Risikos auf die abhängige Variable der Verhaltensabsicht. Allerdings, Sie sehen es hier natürlich negativ. Das heißt, je höher das wahrgenommene Risiko, desto geringer ist die Verhaltensabsicht und umgekehrt. Ein Faktor, der überraschenderweise keinen signifikanten Einfluss hat, ist die Einfachheit der Nutzung. Hier ist der Beta-Faktor auch schon sehr klein, der standardisierte Beta-Faktor und entsprechend auch das Signifikanzniveau recht hoch mit 0,831. Hier kann der Hypothesentest, die Nullhypothese, kann hier nicht verworfen werden. Und bleibt bestehen. Es gibt keinen signifikanten Einfluss der Einfachheit der Nutzung auf die Verhaltensabsicht. Nochmal zum Verständnis auch des F-Tests. Wir sehen ja jetzt hier, dass zwei Beta-Faktoren, zwei Regissionskoeffizienten signifikant waren. Das heißt, auch hier korrespondiert das mit der Aussage, dass mindestens ein Regissionskoeffizient signifikant ist. Das stimmt natürlich jetzt hiermit auch überein. Das sollten Sie sich in Erinnerung behalten, dass diese beiden Tests auch durchaus zusammengehören. Bei der ANOVA testen wir allerdings eben insgesamt, ob ein Beta-Faktor, mindestens ein Beta-Faktor signifikant ist. Das war einmal die Methode des Einschlusses. Es gibt noch eine weitere Methode, die ich Ihnen ganz kurz einmal vorstellen würde, die ich Ihnen nicht unbedingt empfehlen möchte. Aber wenn man sehr viele Variablen hat, die in das Regressionsmodell mit eingehen oder auch wenn man explorativ vorgeht und noch nicht so richtig weiß, kann man auch nochmal die Methode schrittweise wählen. Was hier passiert ist, dass SPSS automatisch erstmal die Variable mit in das Modell hinein nimmt, die die höchste Korrelation aufweist mit der abhängigen Variable. Danach werden schrittweise, daher das Wort schrittweise, weitere und zwar immer die Variablen hinzugenommen, die die höchste partielle Korrelation aufweisen. Das möchte ich Ihnen einmal noch kurz zeigen. Schaue auch nochmal unter den Statistiken nach, was wir hier anklicken können. Wir können einmal die Änderungen im R-Quadrat uns anschauen und auch nochmal die deskriptiven Statistiken. Ich klicke auf Weiter und dann auf OK. Wir sehen jetzt hier einmal die ganz normalen deskriptiven Statistiken, Mittelwert und Standardabweichung. Lassen Sie sich nicht irritieren, wir haben hier standardisierte Variablen vorliegen, dadurch, dass wir vorher eine Faktorenanalyse angewendet haben. Dann haben wir die Korrelation und zwar sehen wir hier im oberen Teil die höchste Korrelation mit der abhängigen Variable. Ich mache es nochmal ein bisschen runter. Hier haben wir in der ersten Spalte die abhängige Variable. Die höchste Korrelation zeigt letzten Endes der relative Vorteil, sodass diese Variable als erste mit in die Regressionsgleichung aufgenommen wird. Hier sehen Sie dann verschiedene Modelle, Modell 1 und Modell 2 und zwar wird zunächst die unabhängige Variable relativer Vorteil mit aufgenommen und in einem zweiten Modell wird auch noch das wahrgenommene Risiko hinzugenommen. Wir haben dann hier auch in der Modellzusammenfassung zwei Modelle 1 und 2, also einmal nur mit einer Variable relativer Vorteil, Modell 2 mit zwei Variablen unabhängigen Variablen, relativer Vorteil und wahrgenommenes Risiko und sehen dann hier das r-Quadrat und auch die Änderung im r-Quadrat, die ist hier auch nochmal abgegeben. Das heißt, wir nehmen eine Variable hinzu, erhalten r-Quadrat von 0,258, nehmen eine zweite Variable noch hinzu und das r-Quadrat verbessert sich, was natürlich gut ist. Sie sollten sich allerdings nicht nur allein auf das r-Quadrat verlassen, sondern sich auch immer fragen, welche Variablen sind tatsächlich relevant, sodass sie nicht super viele Variablen mit reinnehmen. Ich finde kleine Modelle, die theoretisch gut fundiert sind, wesentlich attraktiver und macht es ihnen auch nachher leichter, ein gutes Modell zu entwickeln. Sie sollten hier auch nochmal auf das korrigierte r-Quadrat schauen, da wir ja dann auch zwei unabhängige Variablen mit drin haben. Die ANOVA ist für beide Modelle signifikant, das heißt, wir haben eine ausreichende Güte des Modells und wir sehen unter den Koeffizienten im ersten Modell die erste, das erste, die erste unabhängige Variable, die aufgenommen wurde, ist signifikant und im zweiten Modell auch nochmal das wahrgenommene Risiko kommt hinzu. Die Interpretation ist identisch wie vorher. Wir haben jetzt nur zwei signifikante unabhängige Variablen mit drin. Wie gesagt, finde ich nicht so günstig, weil wir ja jetzt eine Variable gar nicht mehr drin haben. Das ist die Einfachheit der Nutzung, die theoretisch durchaus ihre Berechtigung hat, in unserem Fall aber nun nicht signifikant ist, hier aber jetzt rausfallen würde. Auch das ist aber eine wichtige Erkenntnis für den Forscher, dass man sagt, okay, bei dieser Technologie spielt die Einfachheit der Nutzung nun keine Rolle, sodass man sich darum im Weiteren auch bei der Vermarktung nicht mehr kümmern sollte. Diese Information würde jetzt hier fehlen, sodass sich durchaus das Verfahren, die Methode des Einschlusses, wo alle Variablen, die ich auch vorher mehr herausgesucht habe, betrachtet werden, die auch mit aufgenommen sind. Wie gesagt, Einfachheit der Nutzung fehlt, da wir nur die schrittweise, die schrittweise Methode ausgewählt hat und SPSS automatisch nur diese Variable mit hinein nimmt, die auch signifikant dann sind. Bei ausgeschlossenen Variablen, das ist im Prinzip die Kehrseite der Medaille. Im ersten Modell hatten wir Einfachheit der Nutzung und wahrgenommenes Risiko nicht mit aufgenommen. Im zweiten Modell nur die Einfachheit der Nutzung, die letzten Endes fehlt. Das war's von meiner Seite für die Multiple Regression. Ich hoffe, ich konnte sie ein Stück weiter bringen. Falls Sie Fragen haben, hinterlassen Sie das auch gerne in den Kommentaren. Ich antworte meistens relativ zügig darauf. Vielen Dank!